Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und zu diesem kleinen Special Video habe ich mich jetzt für die Facecam entschieden, einfach mal, weil ich das Ganze wieder testen wollte und zum anderen, ja, damit ihr auch mal seht, wer hinter dem Ganzen steckt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, ich wünsche euch einen tollen Start ins neue Jahr. Für mich ist das jetzt ein kleines Special Video, es wird ein paar Geschenke geben, die gibt es aber erst am Ende dieses Videos. Das heißt, vorher werde ich jetzt einfach mit euch ein bisschen, ja, das ganze Jahr 2014 Revue passieren lassen. Vorerst möchte ich mal Danke an euch sagen, weil, ja, wie fange ich an am besten? Ich habe jetzt eigentlich nur ein paar Stichwörter aufgeschrieben, der Rest ist irgendwie improvisiert, weil ich einfach mal, ja, sagen, meine ganzen Gedanken zu den ganzen Dingen hier, die passiert sind, sagen möchte. Eigentlich gibt es ja die eBros LP und das ist unser eigentlicher Let's Play Kanal, wo ich gemeinsam mit drei anderen alle möglichen Spiele spiele. Diesen Kanal findet ihr, wenn ihr auf eBros Sports klickt unter dem Video und, ja, dann habe ich, glaube ich, rechts, rechts irgendwo müsste eBros LP stehen. Jedenfalls, ja, habe ich dort eigentlich immer wieder Fußballmanager-Videos hochgeladen und irgendwie passte das eigentlich nicht zu dem Genre und zu diesen ganzen anderen Spielen, die wir gemacht haben. Deswegen habe ich eBros Sports dann gegründet, wo ich mehr oder weniger alleine spiele. Es gibt immer wieder das Gastzocker, so wie FIFA mit dem Flo zum Beispiel oder ich habe noch ein paar Videos geplant fürs nächste Jahr, wo es ziemlich viele Gäste geben wird. Jedenfalls, ja, war das eigentlich eine Idee da heraus, weil ich einfach eine Plattform bieten wollte für diese Leute, die wirklich auf Fußballmanager oder FIFA stehen und genauso Sport und Fußball verrückt sind wie ich halt. Und dementsprechend war es für mich dann eigentlich eigenartig, dass dieser Sportkanal besser gelaufen ist als der eigentliche Let's Play-Kanal. Ja, wir haben jetzt in diesem, ja, ich glaube, ich bin mit dem Kanal ein bisschen länger als ein Jahr jetzt auf YouTube und wir haben, ja, fast die 100 Abos geknackt. Die Views regelmäßig sind absolut in Ordnung. Ich finde es echt cool, dass so viele Leute immer wieder die Videos kommentieren, was irgendwie ganz, echt ganz nett ist, weil das so eine kleine und feine Community ist, die, ja, mir macht das immer Freude, wenn ich dann wieder Kommentare lesen kann. Also für mich war das ein ziemlich cooles Jahr 2014. Was hat sich 2014 noch getan? Die WM natürlich, zu der will ich nur kurz was sagen, dass ich es ziemlich cool gefunden habe, dass ich, ja, als Österreicher gönnt man es eigentlich den Nachbarn aus Deutschland nicht so unbedingt, wenn sie erfolgreich sind, aber ich finde, sie haben es so verdient. Also dieses Jahr 2014 war gerade bei der WM, ja, unglaublich. Die deutsche Mannschaft hat das einfach perfekt gemacht und dementsprechend absolut verdient. Weltmeister geworden. Auch das österreichische Nationalteam, beinahe ungeschlagen geblieben. Gab es noch im letzten Testspiel eine Niederlage gegen Brasilien, ein 1 zu 2, ein knappes. Ansonsten auch die österreichische Nationalmannschaft unglaublich stark. Sie sind jetzt auf Platz 23 in der Weltrangliste, also das ist richtig cool. Und, ja, kann man auf jeden Fall zuversichtlich in Richtung EM-Quali blicken. Gut, was gab es sonst noch 2014 für mich privat oder 2015? Jetzt steht, ja, fange ich mal an. Wo fange ich an? Ja, ich habe meine erste eigene Mannschaft übernommen. Ich trainiere eine U10. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in Deutschland ist. Wahrscheinlich so eine D-Jugend oder sowas. Wo ich eben Cheftrainer bin seit Sommer, was richtig cool läuft. Jetzt steht ein Umzug an. Also was ihr hier im Hintergrund seht, ist noch meine aktuelle Wohnung, weil ich dieses Video etwas voraufnehme. Und bei dieser, ja, bei dieser Wohnung hier ist es halt, zum Aufnehmen ist es halt nicht ideal. Ihr seht hinten im Hintergrund wahrscheinlich meinen Fernseher. Und jetzt versteht ihr auch, warum der Flo in den FIFA-Aufnahmen immer wieder über die Couch klettern musste. Wir mussten hier beim PC die Aufnahme starten und dann immer zurückklettern, damit wir hier irgendwie aufnehmen können. Und dementsprechend müssen wir dann auch immer quer durch die Wohnung, also quer durch diesen Raum die Verkabelungen machen und so weiter. Es ist richtig mühsam, FIFA aufzunehmen. Das wird in der neuen Wohnung auf jeden Fall um einiges besser. Dementsprechend, ja, habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, da ich schon voll im Umzugschaos bin. Und gerade eben am Voraufnehmen bin vom Fußballmanager zumindest, dass der weitergeht. Deswegen ist eben FIFA gerade in der Pause. Aber, gute Nachrichten, der Flo ist auch wieder in Graz über Weihnachten. Das heißt, wir haben uns zumindest schon mal einen Tag ausgemacht, da werden wir auf jeden Fall jede Menge FIFA für euch wieder aufnehmen. Und, ja, was gibt es sonst noch für nächstes Jahr auf dem Kanal? Diese Karriere, diese Karriere, die ihr hier seht mit dem VfL Bochum, die wird natürlich weitergehen. Weil, ja, es wird keinen neuen Fußballmanager von EA mehr geben. Dementsprechend ziehen wir diese Karriere jetzt einfach mal richtig in die Länge, bis es einen Nachfolger geben wird. Es wird hoffentlich der Footballmanager von SEGA sein, wenn er sich in Deutschland dann die Lizenzen holen kann. Ich glaube, bis nächstes Jahr hat EA noch die exklusive Lizenzen für Deutschland zum Beispiel. Aber ab dann wäre eine Chance auf jeden Fall da. So, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen. So schauen meine, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt lesen könnt, so schauen meine Zettel immer aus. Ich schreibe ja immer während dem Parts mit, wie ich die Parts benenne und so weiter. Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Ja, was gab es dieses Jahr am Kanal? Natürlich das Let's Play mit VfL Bochum, wo wir drei Angebote hatten und uns dann eben für die Deutsche Zweite Liga entschieden haben. Und das sieht eigentlich richtig gut aus. Momentan sind wir auf Platz 9. Das ist, glaube ich, nach Part Nummer 14, genau. Dieser aktuelle Stand hier. Dann gab es natürlich noch das Let's Play mit Inter Mailand, das richtig gut gelaufen ist. Also ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir länger brauchen werden, um diese Mannschaft erfolgreich zu machen. Aber es hat von Anfang an funktioniert. Dann gab es natürlich noch das Let's Play mit Sturm Graz. Bin Sturm-Fan seit ich klein bin, seit mein Vater mich mit ins Stadion genommen hat. Dementsprechend war das für mich immer eine Herzensangelegenheit mit Sturm zu spielen. Lief auch sehr gut. Das war, glaube ich, das längste Let's Play, weil ich da auch noch in dieser Karriere zu Anderlecht gewechselt bin nach Belgien. Auf jeden Fall sehenswert für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Dann natürlich FIFA, ganz klar. Da haben wir uns für Stock City entschieden. Unter anderem wegen Arnautovic. Und weil die englische Premier League eben alle Stadien lizenziert hat und wir das unbedingt ausprobieren wollten. Karriere lief sehr gut. Könnt ihr euch eh ansehen. Wird dann auf jeden Fall im Jänner wieder weitergehen. Was noch wichtig ist, ich habe sehr viele Special-Videos von FIFA. Also meine schönsten Tore, Fails, diese Videos habe ich auch alle hochgeladen. Einfach, ja, weil wenn lustige Dinge passieren oder schöne Tore, dann speichere ich das. Und eigentlich zeige ich die dann immer meinen Freunden, wenn sie da sind oder so. Wir tauschen uns da immer aus. Jetzt war es halt einfach so, dass ich mir gedacht habe, wieso sollte ich das nicht auf dem Kanal tun. So kleine Compilations machen mit richtig sehenswerten Toren. Also die sind teilweise ganz cool. Meistens in irgendeinem Karrieremodus, weil ich den am liebsten spiele. Dementsprechend seht ihr zum Beispiel, glaube ich, in Part 2 ist es fast nur Chelsea, mit denen ich treffe, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt halt viel Chelsea-Karriere gespielt habe. Dann gab es noch Lords of Football auf dem Kanal. Dieses sehr eigenartige Spiel, diese Mischung aus SimCity und aus Fußballmanager. Die, ja, nicht sonderlich motivierend war auf Dauer, aber ganz lustig für zwischendurch mal. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch noch vorbeischauen. Was habe ich noch? Ich habe noch Faceweb aufgeschrieben. Und zwar habe ich mich da mit Photoshop ein bisschen gespielt. Ich bin nämlich nebenbei noch Fotograf. Und mache das und ziemlich viel mit Photoshop. Und ja, für mich waren diese Faceweb-Videos einfach extrem lustig, weil ich für ein Geburtstagsgeschenk begonnen habe, Gesichter zu tauschen auf Fotos. Habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man das doch mit Fußballmannschaften auch machen. Und dementsprechend sieht das dann ganz cool aus. Da habe ich jetzt mal Bayern und Dortmund genommen. Wenn ich dann die Zeit haben werde in der neuen Wohnung, wird es sicher auch wieder Videos geben. War aber auf jeden Fall extrem lustig, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Was gibt es noch? Für 2015 würde es mich natürlich interessieren, was so eure Wünsche sind. Was würdet ihr euch wünschen auf diesem Kanal? Gibt es irgendetwas, ein Spiel, das ich probieren soll, aus vielleicht einem anderen Genre, außer Fußball? Gibt es irgendwelche Wünsche oder Kritik, was ich bisher falsch gemacht habe, was ich bisher gut gemacht habe? Irgendwelche Anmerkungen? Einfach alles in die Kommentare posten. Ja, ich lese das eh immer. Ich nehme mir das auch gern zu Herzen. Also wenn euch einfach irgendetwas auffällt, bitte dazu posten. Und ja, ich glaube, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon zum Ende kommen sollten. Ja, ich denke schon. Ich werde die Weihnachten wahrscheinlich ziemlich gestresst verbringen, mitten von Umzugskartons. Das wird, ja, nicht gerade angenehm. Werd aber auf jeden Fall auf dem Kanal vorbeischauen. Fußball Manager läuft derweil weiter. Das ist also kein Problem. Und was gibt es noch? Ja, im Endeffekt kommen wir jetzt eigentlich hier schon zu einem Geschenk oder zu euren Weihnachtsgeschenken, was ich mir überlegt habe. Ich finde die Idee einfach ganz lustig. Da ich jetzt nicht die finanziellen Mittel habe, um euch irgendwelche Spiele zu kaufen und dann zu verlosen groß auf dem Kanal, mache ich das jetzt ein bisschen anders. Und zwar habe ich auch genau deswegen den Fußball Manager laufen. Wir werden ja noch länger diese Karriere spielen und wir werden noch länger, nehme ich mal an, mit Bochum spielen, nachdem wir gerade unseren Vertrag verlängert haben. Aber dementsprechend schenke ich euch Teilnahme an diesem Let's Play, indem ich Jugendspieler eure Namen geben werde. Das heißt, jeder von euch, der dabei sein möchte, der ein Teil von diesem Let's Play sein möchte, bitte einfach unten in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung, einfach unter dem Video kommentieren. Dann nehme ich entweder euren YouTube-Namen oder einen euch vorgeschlagenen Namen und dann nehmen wir die talentiertesten hier, zum Beispiel die zwei Stürmer, da haben wir noch einen LM, die talentiertesten Jugendspieler nehmen wir raus. Und die bekommen dann eure Namen. Das heißt, so könnt ihr euch mehr oder weniger im Fußball Manager auf unserem Kanal verewigen. Das ist so ein kleines, ich nenne es mal Weihnachtsgeschenk, weil ich es einfach lustig finden werde. Vielleicht macht ihr ja große Karriere beim VfL Bochum, wer weiß. Dementsprechend, ja. Ja, ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch. Wir haben fast die 100 Abos geknackt. Das hat leider knapp nicht gereicht, aber ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn da noch einige Abos dazukommen würden. Wenn euch etwas stört oder irgendetwas aufgefallen ist, einfach dazu posten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, einfach danke für alles. Danke für das schöne Jahr 2014. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr 2015 mit euch und wünsche euch ein paar schöne Tage mit eurer Familie und euren Freunden. Genießt die Zeit. Schaut auch, dass ihr mal wegkommt von dem Computer, denn die Zeit mit der Familie ist kostbar. Man weiß nie, wie lange man mit der Familie hat. Dementsprechend ist das immer, ja, ganz wichtig. Gut, ja. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich mir in meiner absolut hässlichen Kralle hier aufgeschrieben habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten, für jeden einzelnen Kommentar, für jede positive Bewertung, für jedes Abo und wünsche euch einfach einen schönen Start ins Jahr 2015 und wir sehen uns dann auf jeden Fall auf dem Kanal. Bis bald, liebe Leute. Ciao. Oh.